Schön, dass ihr wieder reinschaut bei TRIGPC. Wir schauen uns heute einen Doppelturm-Kühler mit ARGB-Beleuchtung an aus dem Hause ThermalRide. Das ist der Peerless Assassin 120 SE White ARGB. Ganz schön langer Name, preistechnisch allerdings sehr interessant. Um die 60 bis 70 Euro und das Ganze wie gesagt mit Beleuchtung und das schauen wir uns jetzt mal für euch genauer an. Kühler kommt zu euch nach Hause in einer dezenten Kartonage. Im Lieferumfang enthalten Kühlkörper und 220 mm Lüfter, Montagematerial für die gängigen Sockel. LGR 1200, 1700, AM4, AM5 als auch noch einige ältere Sockel werden da unterstützt. Wir haben eine sehr gute Montageanleitung dabei sowie eine Tube Wärmeleitpass und auch noch eine kleine PWM-Weiche ist dabei, dass ihr beide Lüfter an einen PWM-Anschluss anschließen könnt. Der Kühlkörper selbst ist in unserem Fall jetzt hier komplett in Weiß gehalten. Ist ja auch die weiße Version. Wir haben eine Standardhöhe von 15,5 cm. Also passt in viele Gehäuse noch rein. Zwei Kühltürme hat er. Unten Aussparungen für zum Beispiel hohe Kühler oder auch hohe RAM-Kühler. Schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Der Kühler ansonsten eine Kupfer-Bodenplatte, 66 mm Kupfer-Heatpipes und das Ganze auf der Unterseite auch vernickelt. Wir haben hier von oben drauf, sehen dann keine Abschlusslamelle. Heat-Papetten sind soweit sauber abgeschlossen, ebenfalls in Weiß gehalten und auf der letzten Lamelle ist sowohl das Thermal-Ride-Logo als auch noch der Schriftzug dann drauf. In sich rundum dezentes und schlichtes Design. Der Kühler setzt dann natürlich auf eine Doppellüfter-Bestückung. 220 mm Lüfter werden hier jeweils mit zwei Lüfterklammern am Kühlkörper fixiert. Sind klassische 120 mm Lüfter. Stege sind damit auch offen und können auch gegen andere Lüfter bei Bedarf ausgetauscht werden. Lüfter-Umdrehungszahlbereich so 500 bis 1550 Umdrehungen. Habt da also ein bisschen Spielraum. Wir haben ein ARGB-Kabel an den ARGB-Lüftern dran mit einer Weiche dazu. Da könnt ihr die quasi ans Mainball anschließen und die Beleuchtung dann regeln. Ebenfalls komplett in Weiß gehalten das Ganze. Sehr schick in Bezug auf den restlichen Kühlkörper. Wir haben dann jeweils noch ein PWM-Kabel auch dabei, was entsprechend in Weiß gehalten ist. Also in sich sehr, sehr schön gemacht das Ganze. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die PWM-Weiche in schwarz ist. Die sieht man jetzt nicht unbedingt im PC. Wäre allerdings das berühmte I-Pünktchen hier so dann gewesen. Bei den Lüftern selbst hat man auch auf Anti-Vibrations-Pads verzichtet. Wie wir nachher sehen werden, tut das jetzt allerdings dann entsprechend der Leistung aber keinen Abbruch. Und an der Gesamtverarbeitung gibt es am Kühlkörper nichts auszusetzen. Montagetechnisch das Ganze. Die Lüfter müssen dafür abgenommen sein. Das gleich mal vorweg. Wer montiert den Kühler wieder auf unserem AM4-Testsystem mit unserem Ryzen 7 2700X? Der Tension-Modul-Backblade wird weiter genutzt. Mit den Abstandshaltern, den AMD-Bügeln und den Schrauben bestückt. Festgeschraubt, Kühler aufgesetzt. Wärmeleitpaste natürlich nicht vergessen. Mit Gefühl festgezogen. Lüfter wieder dran. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das Ganze dauert dann ca. 5-10 Minuten. Schraubendreher ist dafür hilfreich bzw. erforderlich. Thema Arbeitsspeicherkompatibilität mit Low-Profile-Speicher. Da habt ihr keine Probleme, wenn der Speicher dann etwas über die Low-Profile-Grenze hinausgeht. Ab so 4,55 cm. Dann seht ihr das auch in unserem Fall. Hier muss der Lüfter ein bisschen nach oben versetzt werden. Das passt zwar noch alles soweit. Gesamthöhe steigt allerdings an. Dann werden aus den 15,5 mal schnell 16 oder 16,5 cm. Das kann je nach Gehäuse dann zu Kompatibilitätsproblemen führen. Anderer Nachteil ist, die RGB-Beleuchtung von eurem Arbeitsspeicher ist nicht mehr richtig ersichtlich. Wär ja schade, wenn man sie denn dann nicht sieht. Das bitte im Hinterkopf behalten. Je nachdem, was für Rahmen ihr bei euch einsetzt. Dann zum interessanten Part. Kühlleistung. Da gibt es beim PLSS 120 SE Wide AGB wirklich nichts groß von unserer Seite auszusetzen. Liefert, auch wenn man sich die Maximaldrehzahl von knapp 1550 Umdrehungen der Lüfter ins Gedächtnis ruft. Eine wirklich sehr gute Performance. Er positioniert sich hier bei uns im vorderen Teil des Testfeldes. Das ist wirklich sehr ordentlich mit reduzierter Drehzahl. Da stimmt die Leistung auch noch. Wie immer abhängig ein bisschen von der CPU, die ihr einsetzt. Allerdings könnt ihr damit auch problemlos den hitzköpfigen Prozessor auf angemessene Temperaturen runterkühlen. Dann Thema Lautstärke. Dahinter lässt es bei uns einen guten bis soliden Eindruck. Maximale Drehzahl ist er. Kann man ihn deutlich aus dem System wahrnehmen. Um es genauer zu formulieren. 39 Dezibel beziehungsweise 2,87 Sohn. Das ist jetzt kein besonderer Leisedrehter. Es gibt allerdings auch deutlich lautere Kühler, muss man dazu sagen. Deutlich leiser wird es dann wie immer ab 70 Prozent. Das entspricht dann grob einer Lüfterleistung von um die 1000 Drehungen. Plus Minus natürlich. Wir messen hier 34,6 Dezibel beziehungsweise 1,78 Sohn. Dahinter lässt er dann auch in Bezug auf die Kühlleistung wie immer einen sehr, sehr guten Eindruck. Wirklich leise. Wenn man ihn in einem Science System einsetzen möchte, wird er dann ab so 50 Prozent. Wir messen hier dann nur noch 22,6 Beziehungsweise 0,43 Sohn. Das ist dann auch für leise Ohren problemlos geeignet. Und mucksmäusenstil wird er wie die meisten Kühler ab 30 Prozent. Da stinkt allerdings die Performance dann relativ stark ab. Nichtsdestotrotz wirklich in Bezug auch auf die Maximaldrehzahl, was Kühlleistung und Lautstärke angeht, ein rundes in unseren Augen und gutes Gesamtpaket. Der Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB hinterlässt bei unserem Test dann einen rundum gelungenen Eindruck. Für den Preisbereich von 60 bis 70 Euro kann man mit dem Kühler wirklich nicht viel falsch machen. Hochwertig Verarbeitung, schickes Design, eine weiße Version ist vorhanden. ARGB-Beleuchtung gibt es bei dieser Version hier auch dazu. Gute Kühlleistung und bei der Lautstärke habt ihr es selbst in der Hand, je nachdem, was für eine Performance ihr sucht, sehr, sehr leise oder auch natürlich etwas laut aus dem System wahrzunehmen. Das liegt bei euch selbst. Ihr habt ein nettes Zubehörpaket dabei und entsprechend, was man noch anmerken muss, Arbeitsspeicherkompatibilität mit hohem Rahmen kann das ein bisschen eingeschränkt sein. Vor allen Dingen, wenn ihr eine relativ begrenzte Tiefe im Gehäuse habt. Anderweitig ist das allerdings jetzt auch nicht weiter ein großes Problem. Wie gesagt, 60 bis 70 Euro kostet der gute Kühler und dafür kann man unseren Augen wirklich nicht groß meckern. Deshalb sind wir jetzt natürlich noch an eurer Meinung interessiert. Wie findet ihr denn diesen schicken Kühlkörper? Habt ihr Thermalright generell auf dem Schirm? Setzt ihr auf andere Marken? Habt ihr Frage, Einigungen oder Kritik? Dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Ihr wisst, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, und in diesem Sinne recht herzlichen Dank, dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt. Und ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über euren Support. Daumen nach oben, Abo dalassen und Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei TweekPC einfach wieder.